Das weiß ich. Ich habe vorhin aber nur ganz kurz reingeschaut. Wir waren ja noch unterwegs. Der True Ace könnte mit Samsung von der Sesamstraße verwandt sein. Der mochte auch Bocki. Nee, aber den Samsung von der Rettungstruppe, das ist der von Chip und Chap. Das ist ganz was anderes. Chip und Chap.